Freunde und willkommen zu neuen Folge von der Welt von Feuerrot. Ich bin ernst, sind die Finale mit Fotos Picken. Ich würde es aber noch mal ein bisschen leveln. Aber ich würde sagen, wir sollten halt über andere Level reingehen, weil wir kriegen da noch ein bisschen Level. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist auch zu lange. Ich würde sagen, wir sollten diese Folge noch vom Set durch. Ich würde sagen, wir sollten diese Folge noch vom Set durch. Und dann mit dem Resultat bleiben wir in die Pokeliefer reingehen. Okay. Okay, wir sind die zweitete Anwaltung. Das ist jetzt noch mal über die Anwaltung. Ich finde, wir können die besten auf die Ereignisse machen. Danke, aber das ist ein 2-1. Okay. Oh, tschüss, 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 ja. Oh, Tanaoga! Was ist das, was ich hier? Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Easy, and I thought the attack was a good damage not. Ich würde es nur mit, wenn ich mich hier durchgelebern würde ich abdanken, bis ich zu hyper-danken Das wird ein Papier, den ich sonst was reindecken. WS-Gen5 hatten wir auch, anderen Level 2 weniger gemacht. Was ist das? Ich will sie nicht verziehen. Sonst wird es zu nervig, gerade in der Liga. Ah, wer hat Holz verfahren? Okay, das ist schon mal nice. Okay, das ist okay. Okay, das ist schon mal so. Das ist schon mal so. Ah, danke. Ich dürfte aber richtig wieder fahren können zu gehen. 900, ey. Noch eins. Das wäre ein Herz. Der ist ein Herz. Das war's. Der ist ein Herz. Der ist ein Herz. Das war's. Das war's. Die sind nicht so schlecht. Tantas. Machen wir die Reise für die Gelegenheit. Ich muss hier noch einmal auf Q-N-H-E-H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ich mach doch auf Level 6, dass ich auch gehört. Also, dass ich da könnte, um das Zeug holen und da und da. ich muss sagen briten war früher deutlich nerviger weil er deutlich einfacher weil er nicht in peta last da muss ich sagen das ist doch schon wirklich ein ganz schönes feature ab wenn er teilweise gefühlten hangar zum überleveln wenn die level machen dann wird er wieder kurz dazu müsste im einmal spiel das spiel durchspielen und dann zu gucken welches level man auch dann und dann ist wenn alle trainer mitnehmen ich habe eigentlich krank kriegt er noch eine erfahrung warte mal welche typen gab es gab ein paar eis und drache dann meine ich geist beziehungsweise geist gibt wo wir vokano einsetzen können da bin ich mir nicht sicher war es am boden gesteig ich habe kraft boden in der red irgendwas ich versuche beim muschers habe ich noch mal gehört zu viel vom level beim muschers vorgetrick wie du bist du bist ich 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 Oh Gott, Firm! Ich hab ihn nicht aufgelenkt. Aber ich habe ihn nicht aufgelenkt. Okay, ich kann die Hive. Okay, gut. Wir werden ja nicht mehr auf dem Level des Arena-Leiters. Wir werden ja nicht mehr auf dem Level des Arena-Leiters. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich würde einen probieren, sagbar. Ja, ich scheitern kann mich nicht. Ich bin dran, 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 ich bin dran. Dann wäre ein Bakanik das beste Beispiel. Anders werde einen probieren. Diese Straft der Blitzer an. Nee. Er kann ja auch, äh, so. Verteilungswert würde ich, wenn ich das nicht so gut verwende. Aber er kann ja auch noch etwas verwenden. HP plus. Ich glaube, das ist alles. Machen wir mal. Ich hab die Propana gemessen. Ich hab die Schatten aus. Haben wir sonst noch etwas stärken? Ja, das ist für Pollen. Es gibt einfach irgendwelche Eifersommar. Okay, wir treffen uns. Wir haben es dann verkaufen, ja. Sieben holen sich das. Ich hab keine Zeit… Was? Ich wollte schon mehr haben… Ich hätte da noch mal gut… Das ist ein Tausender was… und den 1.50.000 haben jetzt. Na gut, ich will 30 Top-Geleber, äh, 30 Leber. Ich will wow, bekriege ich eine Hyper-Geleber. 30 Top-Geleber. Top-Geleber. 10 Hyper-Heiler. Komm, wir machen nochmal 10. Ich würde sagen, gar nicht zu sein, Leute, aber ich würde nicht weiterverkaufen, aber ich würde nicht gerne sagen, aber ich würde nicht mehr verpassen, aber ich würde nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.